Hallo Leute und herzlich Willkommen zum Best of Lima Games November 2023 Also wie es scheint ist es so, dass das Spiel einfach jetzt wirklich komplett den alles aufgegeben hat Und wirklich jeglichen Fortschritt von mir gelöscht hat Ich habe wirklich all meine Tokens verloren, ich habe all meine Seelen verloren, ich habe hier all meine Level verloren Ich meine noch nicht einmal hier, das Profilbild wird angezeigt, wenn ich hier auf Waffen gucke, dann sieht man auch hier Ich brauche hier Stufe 4, das wurde, also es wurde hier einfach die komplette Stufe resetet Es wurden einfach, ich habe einfach komplett keine Operator mehr, noch nicht mehr eigentlich die Default freigeschalten sind Habe ich mehr, ich habe einfach gar nichts mehr Und ja, auch die Coins wurden von mir gecleared, es ist einfach, es ist einfach nichts mehr da Ich kann ja auch mal, einfach mal eine Runde starten, weil es mich selber interessiert, was jetzt überhaupt noch von mir übernommen wird Also ich hoffe, dass jetzt wirklich der Fortschritt noch da ist und dann jetzt einfach nur nicht geladen ist Also wenn ich mir die Freundesliste angucke, die ist ja noch, da ist ja noch alles da, so wie es halt sein soll Das heißt, es ist so, dass mein Account da noch vorhanden ist Ich meine, hier steht ja Level 1 Ich meine, alles ist gerade Level 1 Interessant, also Lord ist nicht Level 1 So viel dazu Lädtet hat Tatsächlich okay Ja, täglich auch raus, warum könnte nicht geladen werden Nö, es ist einfach alles gesperrt außer die Standardsachen Danke dafür, COD Und da hat der Norman den Beweis, dass ich tatsächlich mit meinem Account eingeloggt bin Hast nicht genug Wieso? 3000, oder? 4000 Ne, 3 Das ist nicht best of Ah, die Anzeige mit den Dollars ist komplett verbuggt Siehst du das? Bei mir nicht Ich meine, ich hatte zwar schon mal einen ähnlichen Klitsch, aber Ich glaube der hier ist trotzdem best of, weil das ist nur anscheinend eine andere Ursache zu sein Herzlich willkommen bei CSY, hier ist ein Bug, 0 von 10 Spieler bereit ist, passiert einfach nix Danke Spiel Der hat mich schon nicht mal gelootet Feind lehrt sich Feind lehrt sich Feind lehrt sich Feind lehrt sich Ja, da oben kommt einer runter Die Schüsse war ich Da oben Da oben sind welche Da ist die Wiederbelebungsspritze bugged in der Wand drin Wiederbelebungsspritze habe ich auch so sehen fallen gelassen, glaube ich Ich hab die ausgetauscht Weggeschmissen Jetzt bug die in der Wand drin Cool, oder? Ich krieg wieder oben rechts diesen scheißroten Pfeil angezeigt Und oben links jetzt sogar Achso Aber diesmal sehe ich die Punkte Aber es wird mir trotzdem immer noch rechts und links angezeigt, dass da was ist Wenn ich mich rumdrehe Stimmt, ich hab den Ist halt nirgendswo Ja, ich hab den Bug auch Okay Also Das ist hart asozial Er grad leckt hier auch so ziemlich hier alles bei der Schatten Teilweise verschwinden auch die Wände Da ist einer bei mir, bei mir, bei mir, bei mir Danke Wieso kann ich dich nicht wiederbeleben? Ich weiß nicht Ja stimmt Du hast mich einfach nicht wiederbelebt Ich hab eine Spritze verloren, hä? Ja Weißt du auch? Ich hab F gedrückt Ja Da kommen welche mit Und das nicht zu wenige Ich versuch da um in den Film reinzukommen Ja Holz Ah, Legi Kiste Ähm Und ich verkack meinen Absprung Hinter mir Hinter mir Ja 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 Gut Job Ja 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 Ich bug das Spiel komplett Ich hoffe ja nicht Doch Hier passierten ganz komische Sachen Von wegen Fallschirm auf Fallschirm direkt wieder zu mir Ich hab etwas Wieso Ich weiß nicht wenn ich sauchte im Vorfeld bon Ich habe